Moin moin Leute, willkommen zurück zum RS-17 auf der nordfriesischen Marsch mit dem McManus. Hallöchen. Junge ey, bin ich ein Killer. Warum? Wenn du dich geschlingeligt hast, was denn? Was, warum? Warum bist du so gut? Weiß ich doch nicht. Ist halt so. Okay. Oh Mann, soll ich jetzt echt das Ding hier rückwärts reinschieben? Das ist ja eine Katastrophe. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde. Ehrlich? Ja. Okay, warum bist du denn müde? Weiß ich nicht. Ich habe heute nichts Anstrengendes getan. Glaub ich dir aufs Wort. Ja, du denn oder was? Was anstrengend ist, habe ich heute tatsächlich noch nicht getan. Was ist denn sonst noch vor? Werde heute Abend meiner Frau hier und dem Schwellkörper per se Exkursion entstanden. Denn es ist ein Sonntag. Sonntag, mein lieber Frisi Bonn, ist Alarm. Da ist Alarm. Ich mache heute auch Alarm. Echt? Du machst heute auch Alarm? Ich mache heute auch Alarm. Ja. Sag es mal laut. Ich mache heute Alarm. Sie steht im Flur, sie sieht mich. Sie sagt nichts. Weil sie nicht weiß, was ich meine. Ja. Sag mal, ich mache heute Alarm im Darm. Ja, alles klar. Was? Ich habe keine Scheiße. Ich habe gesagt, ich mache heute Alarm. Ja. Sag sie doch was für ein Alarm. 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 Was? Nein. Und zusammen vereinigen. Nee, sagt sie. Hahaha. Cool. So. Hab ihr die Luzi? Jetzt sind wir schon mal bei dem Palettenwerk. Da schmeißen wir jetzt mal den ganzen, ganzen Paletten drauf, die ja alle produziert sind, weil wir einfach viel zu viele haben. Oh, warte mal, hier Honig ist ja auch fertig, ne? Ach, ey, das haben wir ja auch noch. Stimmt. Wie sieht es denn aus bei den Fischen? Können wir da nicht mal langsam mal was verkaufen? Die haben wir schon von Anfang an nur nie was verkauft, oder? Honig. Also Honig haben wir hier unten schon sieben volle Paletten, ne? Fischer? Ja. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Warte auch länger nicht. Ich meine, da musst du sogar noch Mais hin. Okay. So, ich bin jetzt sofort fertig mit dem Fail Hero und dann gehen wir auf das nächste, würde ich sagen. Ne, dann sind wir ja fertig, dann müssen wir ansehen, ne? Ansehen können wir nicht, weil wir keinen Traktor haben, weil wir die anderen Seemaschinen ja verkauft haben. Hey! So. Der Palettenverkauf war eigentlich jetzt direkt hier oben. Und deswegen hoffe ich jetzt mal, dass wir die da auch ganz chillig loskriegen. Palettenverkauf. Schau mal, was zahlen die denn für eine Palette? Schauen wir mal. Paletten. Können wir eingetragen sein. Palettenverkauf. 874? Ja, lol. Das ist ja nice. Verkauf. Ja. Kann ja auch. So, Vorsicht! Bin's, der Manus! So, warte mal. Ich glaube, hier ist der Verkaufsträger. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Natürlich die Preisfrage, wo ist der Palettenverkauf? Verkaufsträger. Kann nur dort sein, oder? Und der wird's wohl nirgendwo sein? Nö, das muss hier der Trigger sein, eindeutig. Dann, würde ich sagen, lad mal hier mal... ...Bure. Hör mal, hör mal. So, jetzt halt dich fest, Junge. Okay, warte mal. Ja, ähm... Juhu, da kommt das Geld, Mann. Oh, Feld ist fertig gegrubbert. Sehr gut. So. Was sehen wir an, was brauchen wir? Ja, äh, Weizen. Würdest du, äh, würdest du Mais ansehen? Warte mal, brauchen wir Mais? Mais haben wir eigentlich doch vorhin abgeerntet. Ja, aber viel weiter ist nicht, oder? Mal gucken, mal ganz kurz. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui sie hat zwei jungs ein mädchen jetzt war die blauze war nur witz na und die mama oder und die modi jetzt sind die jungs 1 3 und der andere 11 so ja ich kann nicht ansehen das klappt im moment nicht doch doch warum ach ich könnte jetzt den big bad nehmen da machen wir mal das was der frisien wenn ich macht den auch mal sauber und wieder ordentlich in die garage stellen eine fresse da wird das einfach mit den auf den hof gestellt das habe ich dahingestellt damit du es mal eben sauber machen kannst ja ja gleich mal was ich sauber machen im kärcher deine fresse wir brauchen ja auch so eine waschstraße so ich sehe auf das kleine feld sich erstmal weizen an der kärcher sein was was ist auch das kleine feld weizen 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 weinig breitzen jetzt wäre doch mal sauber was ist denn das für eine dreckskarre jetzt können wir das nämlich wieder in die garage stellen und dann ist es wieder ordentlich es lässt auch alles mit was macht er denn er lässt auch alles mitten auf dem hof stehen das ist absolut unglaublich ja wenn ich die sämaschine starten will haben wir nicht mit dem big bad das kannst du nicht erzählen alles gut ok da kann zuerst muss motorleistung reicht nicht aus war das noch ein bug oder fehler oder was auch immer nicht mehr ich ruf auchあ ich war der ich LE é 18 Mikrofon aktiviert. Große Geräte ist ja gar nicht so einfach, das einzuparken, ey. Noch mal anmerken. Noch ein Meter? Ja. Sehr gut. So. Okay. Die Anhänger, den hat auch wieder einfach nur hingestellt. Gibt's doch einfach gar nicht. So. Gut. Gut. Was brauchen wir noch? Oh, alter, guck mal, was die Paletten bringen, ey. Der Euro oder? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Mikrofon muted. Das war noch, äh... Überleg gerade. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Was könnte man noch machen gerade? Den noch an. Beine Bude hier. Dann mit dem Mischfutter aus. Klopps, 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 klopps. Oh, was haben wir hier? Null. Das ist der Weizen. Wir haben keinen Weizen. Wir haben keinen Weizen. Beide, ja, ja, ja. Verstehe. Äh, ne gut, aber muss ja nicht unbedingt Weizen sein, ne? Beide ist für alles. Aber du siehst jetzt einfach, lol. Oh, Mann, ey. Das fährt jetzt aber nicht die Sehmaschine nebenbrauchen. Da hätten wir ja auch die kleine nehmen können. Dann fahr mal auf das andere Feld. Ich seh hier mit der kleinen Weizen weiter an. Mach gleich noch ein Feld Weizen, weiß er. Weifelder Weizen? Ja, mach das andere Feld noch Weizen. Wie du willst. Soll ich die zwei mit Weizen machen? Wir haben ja nur die 1,20 und die 2. Ja, weil du wolltest ja auch noch Mais haben. Was ist denn auf der 1 drauf? Da ist auch nichts drauf. Dann mach mal die 1. Dann mach die 1 mit Weizen. Eigentlich ist es scheißegal. Aber die selbe Größe haben. Kann auch die 2 machen, wenn du immer dort bist. Ja. Wir können es ja so machen, dass du nur die Hälfte machst. So einen Quatsch machen wir nicht mehr. Ja, aber das ist riesig, das Feld. Ja gut, dann nimm die Hälfte. Ach scheiße, wir haben ja gar keine zweite Seemaschine mehr, die Weizen kann. Oh Leute. Das ist aber auch zum Heulen. Ich glaube ich nicht. Ach man. Ach das ist eine Seemaschine? Echt? Was? Blaue, die wir noch haben. Ist auch eine Seemaschine sehe ich gerade. Okay, wir haben doch eine, die noch Weizen kann. Da. Ich bin gelogen. Da, 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 da. Oh Gott. Boah, ist schon übel. Aber gut, meine lieben Freunde. Wir sind auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut bei McManus vorbei und wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.